Und wir werden die Geschichte von Matteo auch hier bei Brisant weiter mitverfolgen. Zu unserem nächsten Thema, das Navi, dein Freund und Helfer, möchte man meinen. Verlassen Sie sich eigentlich auch blind auf die Stimme, die Ihnen den Weg so ansagt? Sollten Sie besser nicht, denn das kann richtig schief gehen. In den USA verklagt eine Familie den Internet-Giganten Google. Ja, seine Navigations-App soll den Familienvater in den Tod geführt haben.